Willkommen im Fernsehstudio des Deutschen Wetterdienstes. Das heutige Thema ist die Exposition der Menschen in der Sonne. Es geht um die UV-Strahlung. Die UV-Strahlung ist eine hochenergetische, intensive Strahlung und die hat neben den positiven Eigenschaften auch negative Eigenschaften. Sie ist aber auch vorhersagbar. Wie funktioniert das? Wir haben positive Auswirkungen der UV-Strahlung. Die UV-Strahlung ist wichtig für die Vitamin-D-Bildung oder auch für den Knochenstoffwechsel. Sie hat aber auch negative Auswirkungen aufgrund des veränderten Freizeitverhaltens der Menschen. Hier kann Sonnenbrand entstehen. Das kann auch zu Hautkrebs führen. Und um die Auswirkungen der Sonnenstrahlung auf die Menschen zu beschreiben und zu quantifizieren, hat man vor ungefähr 20 Jahren den UV-Index entwickelt. Der UV-Index ist eine dimensionslose Zahl. Die nimmt Werte an zwischen 1 und auch über 11. Und mit dieser Zahl kann ich angeben, wie hoch die Intensität der UV-Strahlung ist. Ich kann aber auch zusätzlich Informationen weitergeben, wie lange man in der Sonne bleiben kann bei einem bestimmten UV-Index-Wert. Und zusätzlich habe ich noch Informationen farblich unterlegt, damit ich es besser verstehen kann, besser begreifen kann. Die Vorhersage funktioniert folgendermaßen, dass ich auf der Grundlage der Wettervorsage, die ich habe, zum Beispiel Berechnung der Wolken, aber auch wie die Oberflächeneigenschaften sind in Bezug auf die Reflexion oder in welcher Höhenlage ich mich befinde, wie viel Staub in der Atmosphäre ist, wie viel Ozon ist und wie der Sonnenhöchststand ist, kann ich eine Information wiedergeben, die mundet in den UV-Index. Diese Informationen werden für Deutschland bereitgestellt, nicht nur der UV-Index, sondern auch die sonnenwirksame UV-Dosis, die man braucht oder bekommt. Und diese Informationen werden bereitgestellt unter uv-index.de in Form von Gefahrenstufen, aber auch für Stationen. Diese Informationen werden auch bereitgestellt, zum Beispiel für das Mittelmeer, wenn man im Sommer dort Urlaub macht, weil es auch wichtig ist, Informationen zu bekommen während der Sommerzeit, wenn man im Urlaub ist. Und generell kann man sagen, es gilt in Bezug auf die Sonne, dass zu viel Sonne nicht gut ist und das bei Sonnenhöchststand in den Sommermonaten um die Mittagszeit und wenn der Himmel wolkenlos ist. Prinzipiell gilt die Sonne zu meiden. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Deutscher Wetterdienst. Wetter und Klima aus einer Hand.